ja wohl und damit recht herzlich willkommen zu meinem let's play rocket league mit am start wieder mal der floyd fuchs und es geht los warum dass wir jetzt keine packung kriegen nein nein das erste gegentor es gibt noch nichts schöneres als nachts rocket league zu spielen und eine dose bier zu trinken jetzt auch ich trinke flasche das ist ja weggebumst der muss weg der muster weg der muster weg parade ja ich hab noch einen gegeben jawohl Ah, sah du. Nein. Retter, 50 Punkte. Wow. Oh. Oh, no. I'll go down the tree, next job. No, no. I'll go down the tree for a long run. I'll go down the tree. I'll go down the tree. Mach es doch mal nicht leicht diesmal. Ich bin ja sauer, jetzt rein damit. Wir sind zurück. Nein! Nein! 2 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 Alter, was war das denn? Alter, was ist hier? Ich bin hin und her, ey. Komm, hau ihn rein. Sauber. Ja. Oh Gott, oh Gott, ey. 2-2, jawoll. Der Ausgleich. Komm, Alter. Ich steh hinten. Nee, du stehst hinten. Aggressiver spielen hier. Ja, das Pommes Elmchen. Nein, 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 nein. Nein. 2-3. Patrick, baby. Hopp. Ich steh hinten. So, ich steh hinten. Und. Jawoll, Sieg. Oh, Doktor Hu. Dachaufsatz ungewöhnlich. Dachaufsatz, ey. Erst anlegen, zack. Ja, dann einmal bereit und auf in die zweite Runde. Womit drin. Das ist doch Rutschigall. Alles ausgewöhnlich. Das weiß ich nicht. Geht das schon los? Nee, nee. Übungs, Area. Ah, jetzt geht's los. Das ist ja, jetzt geht's los. Das ist ja eine schöne Doktor Huhti, ey. Hahaha. Hahaha. Passt ja, ne? Ja. Aber ich steh übrigens hinten. Ja. Das ist ja schon ein Gänger. Ja. Das ist ja schon ein Gänger. Los geht's. Das ist ja schon ein Gänger. Das ist ja schon ein Gänger. Ich weiß nicht. Boah! Nein! Mach rein! Toll! Hahahaha! Hahahaha! Vorbeigefahren, hast du gesehen? Scheiße! So angestriffen, so! Ach ne, doch, das ist alles klar! Got her! Ah, falsche Seite! Nein! Das gibt's doch nicht, ey! Der hegt mit der Pille, oder? Und? Ah, shit! Wer drängt mich da ab? Mein eigener Spieler, ey! Fiona! Ja, ich glaub das war's! Boom! War ich nicht schnell gerade, kein Boost mehr! Boah, das wär so ein geiles Team! Hopp! Ich würde jetzt Vorlage reinmachen, ne! Boom! Schade! Boah, so viele gute Gelegenheiten! Ja! Boah! 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 Boah, Alter! Boah, Alter! Boah, Alter, nein! Nein! Oh, fuck, Alter. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck, Alter. Oh, mach mal rein, Dankeschön. So, Ausgleich, noch 24 Sekunden. So, Ausgleich, noch 24 Sekunden. So, Ausgleich, noch 24 Sekunden. Schade. Okay, Nachspielzeit. All right, all right. All right. All right. Er ist gut. Jawoll! Ja wie das Ding, guck dir das an ey, guck dir das an. Ding eingesammelt, Bob eingegeben, zack. Guck wie sie da rumwixen, ey. Schönes Tor. So, Auf und Runde 3. Ach, diese Übungsdinge, ey. Ah, geht los. Oh, 400 hinten. Ah, du, Christian. Du, Christian vor mir. Ja, Playstation muss noch laden, ne. Die Boost und dann machst du eine Drehung nach vorne, dann bist du eher am Ball. Jawoll. Tor! Nice. 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 Das macht der Doktorhut, ne. Schönes Käfer. Käfer-Kaffee, oder? Nein! Beat Pop. Boah, keiner hinten hin. Na gut, friss. Den hier alle rum. Boah! Jawoll! Mit dem Arsch hab ich ihn reingehaut. Guckst du dir an, das hat alles einen ausgetrickst, um die Leute rum. Um die Leute rum und mit dem Arsch ein. Zack! Geil wie ne Sting, ey! Das mal auf, Alter! Boah! Dreh mich hier auf den Kopf hin. Bam! Habe ich ihn eingegeben von hinten, ey! Ja, kommt da! Whoa! Ja, was last das denn? another hatte diagnostic! Hau! Dreh mich jetzt mal auf der Decke! Okay, up geht jetzt. Boah, mit dem Abglücksschade. Tor! Ah, doch nicht. Doch! Jawohl! 3-0! 4-0! Da, der ist drin. Haha, BÄM, Junge. Unhaltbar. Wow. Nein! Ah, guck mal, 4-1, Alter. Kann ich's machen. Schwer erschaffen, Alter. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Boah, Mann. Wauw, Mann. Kein Boost mehr, fuck. Jawoll, Tor. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Schön, reich hier schon rum ey. Bäm, schön mit der Ecke. Wie das hier. Wow, Sieger durch Aufgaben, haben wir auch nicht mal gehabt. Okay, dann danke an dieser Stelle fürs Zuschauen. Schaltet wieder rein bei Let's Play Rocket League. Also, bis dahin, macht's gut und ciao. ue